Hi, ich bin Zelda White. Willkommen in meinem neuen Video. Heute dem Jahr Zumbad bei Richtlinbad. Ich bin noch gerade bei mir zu Hause, aber später dem Jahr noch in Zumbad und ich nehm auf und ich nehm einfach euch mit, was ich heute mache. Also dann melde ich mich gleich wieder. So, wir sind draußen und wir sind unterwegs im Zumbad. Mohamed, findest du schön, dass wir im Zumbad sind? Ja. Sehr schön? Ja. Ja? Ja. Ach, hey, das freut sie mich. Ich glaube, ich melde mich, wenn ich in Hauptbahnhof bin. Weil wir wollen noch Einkauf machen und danach können wir schön essen und so. Und danach melde ich mich, wenn ich bei Hauptbahnhof bin. Weil dann... Ja. 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 Ja, das ist super, aber die Portion ist ja. Erst sag mal Hi und sag, wir sind in die Bahn. Los. Ja, wir sind in die Bahn. So, und wir fahren jetzt zum Hauptbahnhof. Super, wohin gehen wir? Schwimmen. Ja, wir fahren zum Hauptbahnhof. Leute, wir fahren beim Hauptbahnhof. So, wir sind bei Hauptbahnhof. Und da ist jede. Hauptbahnhof, wir machen dich hier einkaufen. Und dann geht auch los ins Zupfer. Ja, Schwimmbad. Dann gehen wir in Zupfer. Dann lüht, bis später. Bis gleich. Bis gleich. Yeah, bis gleich. So, wir sind nicht dran da in Zupfer. Wir sind vor einer Stunde hier oder so. Und ich war auch in Zupfer. Mein Haar ist auch ein bisschen nass. Und wir machen das Picknick und machen schönes Essen. Warten wir nochmal da rein. Die Beine. So, wir gucken wie sie wieder mal. Einfach mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020